Tainas Talk ist zurück, neue Stelle, neue Welle. Wir sind ab sofort um 17 Uhr live. Wir haben uns auf den Nachmittag verlegt. Auf Wunsch von euch, also vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen und Feedbacks. Ja, wir machen jetzt immer ab 17 Uhr und freue mich heute auf das Thema die Zukunft der Banken. Wir haben uns mal die Frage gestellt, wo geht es denn hin? Alle digitalisieren, Unternehmen digitalisieren, aber die Banken haben ja nochmal einen ganz anderen Anspruch und dazu habe ich mir verschiedene Gäste eingeladen. Zu einem begrüße ich natürlich wie immer ganz herzlich unser Stamm, unser Team. Wir haben uns wiedererkannt, oder Carsten Pinot aus Berlin von Datensicherheit.de. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei und wir erkennen uns wieder. Ich freue mich auch auf dem neuen Programmplatz, wie man ja sonst immer so sagt, zu sein. Das Thema Digitalisierung der Banken ist natürlich ganz spannend, denn da ist ja noch nicht ganz entschieden, wie es so weitergeht. Andere Branchen haben es ja verpasst und deshalb erhebliche Einbußen gehabt. Die Banken haben noch die Möglichkeit, da was zu tun und tun das ja auch. Und da sind wir gespannt, heute mal zu hören, wie weit der Stand ist und wo die Schwierigkeiten möglicherweise auch liegen. Zu der Meldung, die wir traditionell aus unseren Redaktionen bringen, ist eigentlich das Thema Ransomware immer wieder das große Thema. Wir hatten gerade in den USA eine Attacke auf eine Nuklearfirma, auf den Lebensmittelbereich und natürlich vor einigen Wochen auf diese Pipeline dort. Und das ist der gute Aufruf, auch an die Banken aufzupassen, denn auch dort hat man ja Daten, die man gut behandeln sollte. Insofern ist das Thema Sicherheit hier mitschwingt für uns auch ein ganz großes Thema. Ich freue mich auf den Talk, Werner. Perfekt, ich danke dir. Ja, ich freue mich auch. Begrüße als nächstes Philipp Schiede von Manage It, wahrscheinlich wieder aus den bayerischen Bergen. Werner, du hast wie immer recht, natürlich aus den bayerischen Bergen. Sonic ist es wunderbar. Ja, ich habe ja schon richtig Entzugserscheinungen bekommen in den letzten Wochen. Die Stimme ist jetzt allerdings geölt und ich freue mich tierisch auf unseren Talk. Auch mal erst ein herzliches Grüß Gott an die ganze Runde. Schön, euch alle zu sehen. Ja, was gibt es Neues? Unser Mammutwerk ist fertig. Die neue Ausgabe von Manage It mit 144 Seiten. Ja, und spannend daran ist das, wir haben ein Vertical dabei zum Thema Banking, Finance, Governance. Und das spiegelt in den Inhalten genau die Themen wieder, die wir heute behandeln werden. Also, schön auf www.manageit.de gehen und runterladen, ja, oder mir eine E-Mail schreiben und ihr bekommt das E-Paper. Ich freue mich. Perfekt, danke dir. Kleine Werbung am Rande, da vielleicht auch erwähnt, seit ab Seite 18 gibt es von mir auch noch ein bisschen was, zwar nicht zu Banken, sondern zu eSport, aber freue mich, dass ich hier auch einen Teil mitfüllen durfte, sozusagen. Der Journal-Mittelstand kümmert sich um viele Themen, unter anderem natürlich auch um die Digitalisierung, aber da geht es noch viel, viel weiter. So, jetzt begrüße ich unsere Gäste für heute und darf anfangen mit Stefan Keller. Stefan Keller ist Chief Marketing Officer bei Norris Network AG. Norris ist ein Rechenzentrumsbetreiber mit Standorten in München, Aschheim bei München und in Hof. Und ich glaube, vielleicht noch ein oder andere dazu. Das wirst du mir aber gleich selber sagen. Stefan, herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist. Jo, vielen Dank, Werner. Ich lege nochmal glanzlos. Wie gesagt, Stefan Keller, bin seit 2003 schon bei Norris, also ich herrsche in den Urgesteinen. Und wer den Norris nicht kennt, zwei, drei Sätze, wenn es gestartet kriegt, natürlich. Norris ist ein klassisch Inhabergefühl des Unternehmens, die in den Finanzsektor seit ihrer Gründung eigentlich schon gestanden waren. Weil wir waren nämlich erst mal ein Internet-Service-Provider und haben erst mal geschafft, vom Fax-Broking, sage ich mal, diese Kunden in die Online-Ebene zu bringen. Deswegen sind wir schon länger auf dem Markt, haben also gut über 20 Jahre Erfahrung als IT-Dienstleister dann in diesem Finanzbereich, sage ich mal, und kämpfen da ganz schön mit. Und deswegen ist die Artalk auch für mich sehr interessant, weil es gibt ja viele Bestrebungen. Und wir haben manche innovative Kunden, die ja eigentlich, sage ich mal, zum Thema Digitalisierung, die ich vorhin schon erwähnt habe, und 2000 schon ihre ersten digitalen Konzepte mit komplett automatisierter Kreditzusage eigentlich initiiert haben, die bei uns dann Kunden sind. Deswegen sind wir eigentlich da invenziv drinnen gewesen. Und verfolgen natürlich von unserer Seite, seit wir das tun, natürlich auch diese ganzen, wie es vorhin, Compliance-Themen, Innenrevisionsthemen, BIT-Themen, MARIS-Themen, die uns mehr und mehr beschäftigen. Und wenn ich den Vergleich von 2003 mal setze und sage, was wir jetzt machen, ist ungefähr das Hundertfache ein Aufwand. Also nur als personaler Aufwand, Papieraufwand, sage ich mal, ob es digital ist oder nicht, ist ja egal. Es ist ein wahnsinniges Bereich im Berichtswesen entstanden. Und es ist für uns natürlich immer noch kein Ende zu sehen, dass es irgendwie aufhört. Deswegen ist es ein sehr interessantes Thema. Wir haben uns darauf spezialisiert. Wir haben eigene Innenrevisionen. Wir haben eine ganze Defense-Ebene, die sich nur um solche Themen beschäftigt. Das heißt, es ist eine Sache, wo wir eigentlich auf dem Markt sind. Und wie es der Werner schon erwähnt hat, wir haben in Nürnberg die einer der modernsten Rechenzentren mit TÜV-TSI Level 4 jetzt. Level 4, das hat ja keiner. Da sind wir auf der Ebenspitzen. Und deswegen sind wir in diesem Sektor Banken- und Finanzdienstleistungen sehr stark verhaftet. Weil, wenn die Bundesbank mit ihren Prüfern mal kommt, sind wir so, glaube ich, kann man schon sagen, sind wir so ein Aushängerschild, wie man es am besten macht. Klingt ein wenig arrogant, sorry, aber einfach mal Besuch und selber anschauen, sage ich mal. Dass man einen Blick dafür kriegt in Richtung. Und dann sieht man, wie es hingeht. Und aus der Grundlage haben wir zwischen Nürnberg eine Dua-Seite, Nürnberg-München eine Dua-Seite mit 100 Klicks verschlüsselt mittlerweile. Mit unter anderem Sekunden die Dua-Seite und Hof hast du schon da dran, wo wir halt so drei Seiten aufbauen können. Alles mehr so BSI-Grundschuss und Zertifizierung von oben bis unten. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde wahrscheinlich reden. Und wenn ein Vorstandskollege Achim dabei ist, der wird dann die Inhalte noch genauer erklären können. Aber das ist halt unser Spezialgebiet. Wir bieten für die Banken möglichst hohe Sicherheit, Rechensendungsleistungen. Und da gehört auch Cloud-Leistungen, Private Cloud, Public Cloud, Native Cloud-Systeme, Betrieb von Core-Banking etc. Das sind nur die Schwerpunkte, in denen wir tätig sind. Und jetzt höre ich schon wieder auf, sonst kabe ich das Meeting. Ja, herzlichen Dank dafür für die kleine Einführung. Und wenn man das Rechenzentrum besichtigen will, dann könnt ihr auch gerne mit mir mal sprechen. Denn im September, so viel Werbung darf erlaubt sein, sind wir mit der DigiWiesn bei euch auch dieses Jahr wieder zu Gast. Also so lange sind wir nicht bei euch zu Gast an einem Tag. Aber vom 18. September bis 3. Oktober findet die DigiWiesn statt. Jetzt schauen wir mal, ob es klappt, Steffen Leibesmeier, Head of Financing Digital Infrastructure der Hamburg Commercial Bank. Ich habe es jetzt wunderbar hoffentlich abgelesen. Steffen, hörst du mich an. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ja, perfekt, jetzt klappt es. Wunderbar, prima, super. Ja, also du nennst meinen Titel. Und seit ich diesen Titel habe, da ist bei LinkedIn meine Subscriber. Also I'm a wanted man now. Also die belagern mich alle aus aller möglicher digitaler Infrastruktur, kommen jeden Tag Angebote an die fünf Stück, dass man doch bei der Hamburg Commercial Bank aufräumen könnte und die digital nach vorne bringen könnte. Ich kriege jeden Tag an die drei Anrufe. Aber was mache ich eigentlich? Ich komme eigentlich eher aus der operativen Ecke und hoffe auch künftig nicht durch ein Robot ersetzt zu werden. Denn was ich mache, ist maßgeschneiderte Finanzierung von Datenzentern. Das, was ich gerade gehört habe, interessiert mich sehr. Also ich würde mich auf jeden Fall zu DigiWesen anmelden. Wir sind die Finanzierer von Glasfasernetzen, von Datenzentern eigentlich so der ersten Stunde. Viele aus dem Kreis hier werden bestätigen, dass es lange Zeit, also bis vor zehn Jahren sehr schwierig war, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen, weil man sich unter dem, was da gebaut wird und was dort weiterentwickelt wird, einfach nicht so richtig was vorstellen konnte. Und es gab natürlich lange Zeit so die Angst für der Killer-App, die immer um die Ecke lauert. Aber wichtig ist das Thema Digitalisierung für die Bank in jedem Fall. Denn also das, was ich gerade so an meinem Arbeitsplatz erlebe, dass bestimmte Prozesse digitalisiert werden. Ich denke nur mal an das Thema KYC, was ja immer mehr in den Fokus rückt. Compliance, all die Schritte werden digitalisiert. So wird es uns jedenfalls versprochen von den Vorgängen her, von den Prozessen, dass die schlanker werden. Meine Beobachtung ist, dass da noch ein weiter Weg ist. Und das wird diejenigen, die hier in dem Talk dabei sind, auch freuen. Also die Banken haben einiges nachzuholen. Das steht auf jeden Fall fest. Denn gerade die Krise 2008 wurde eben nicht dazu genutzt, doch vielleicht mal Hausarbeiten zu machen und da Groundwork zu legen für die nächsten Jahre. Von der Deutschen bis zur Koba, von den Landesbanken bis zu den Sparkassen wurde da viel verpennt. Und lange Zeit eben auch Fintechs, das Feld zu überlassen. Ich glaube, dass wir konventionellen Banken da auf dem besten Weg sind, das aufzuholen. Aber es ist ein ganz schöner Kraftakt und ist verbunden mit Blutschweiß und Tränen. Ja, und ich meine, es hat natürlich auch die Folge, dass die Mitarbeiterzahl weiter zurückgeht, Stellen nicht neu besetzt werden. Unser CEO hat sich letztens mit der besten Cost-Income-Ratio aller deutschen Banken gerühmt. Und das ist nicht eine Ratio, mit der ich vom Kunden prallen kann, sondern der möchte weiterhin sein rundum glücklich Paket haben, von mir maßgeschneidert. Und insoweit ist das alles für uns eine große Herausforderung und ein zweischneidiges Schwert. Und es ist alles ziemlich on-edge, wie das Umsetzen der Prozesse ist. Schwierig, aber es geht voran. Wunderbar, danke dir. Also wir werden auch noch viele Einblicke bei dir heute oder ein paar Einblicke bei dir dann auch abverlangen. Aber ich glaube, es ist schon mal spannend zu hören, dass ihr diese digitalen Infrastrukturen auch finanziert. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema in unserer Runde. Als nächstes begrüße ich Björn Torka von Privia Technology. Er ist dort Head of Europe. Erzählst du uns selber, wer du bist kurz. Sehr, sehr gerne. Ich komme tatsächlich aus der lieben, netten Versicherungsbranche. Bin dann abgedriftet in das klassische Themenfeld der Bankenbranche und bin seit mehr als 20, 25 Jahren, über 25 Jahre jetzt mittlerweile, in der klassischen Finanzdienstleistungsbranche tätig. Und seit mehr als sieben Jahren Head of Europe von Privia Technologies. Zusätzlich auch die Thematik, dass ich das klassische Themenfeld der Consulting von Banken. Das ist ein schönes Themenfeld, weil ich es gerade gehört habe. Security, IT-Sicherheit, ein großes Themenfeld. Und jeder definiert es anders. MIFID 2, DSGVO-konform. Ein schönes Themenfeld. Und das Krasse, was ich immer wieder wahrnehme, jeder hat eine individuelle Meinung, obwohl sie eigentlich regulatorisch vorgegeben worden ist. Und deswegen finde ich das Themenfeld heute unwahrscheinlich toll. Also, lieber Herr Keller, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Weil wir stellen immer wieder fest, wir sind klassischer Software-as-a-Service-Dienstleister. Und ja, wir sind mittlerweile mehr als in zwölf beziehungsweise dreizehn Ländern mittlerweile tätig. Einer unserer großen Investoren ist Samsung Ventures. Und Samsung rollt mit uns gerade in mehreren Ländern das Thema Bixby aus. Das heißt, wir sind auf jedem Endgerät installiert. Das heißt, wir sind das Ökosystem zwischen Bank, IT-Sicherheit, lustiges Themenfeld, also Datensicherheit. Und vor allen Dingen natürlich in Bezug auf End to the Customer. Also, wie kommt man an den Kunden dran? Und das Themenfeld der Initialisierung von Banken in Bezug auf Onboarding-Prozesse, Know Your Customer, ist ein ganz großes Themenfeld. Und die Banken haben da, weil ich es gerade gehört habe, die Banken sind vorne dran. Nein, leider Gottes sind sie nicht mehr vorne dran. Die Automotive-Branche war vorne dran gewesen in Bezug auf die Digitalisierung. Die Banken- und Versicherungsbranche ist mittlerweile gefühlt für mich hinten dran. Das Positive ist, sie haben das Kapital, es immer noch zu tun. Die Frage ist, kommen die richtigen Entscheidungen? Und die richtigen Entscheidungen waren in der Vergangenheit vor allen Dingen Investitionen in die Zukunft. Wir investieren einfach mal in ganz, ganz tolle Fintech-Startups, die nach kürzester Zeit wieder eingestampft worden sind, weil man festgestellt hat, es passt nicht auf das Business-Modell. Und da versuchen wir, eine Plattform zu liefern. Und wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir machen immer wieder links und rechts und schauen, was ist wirklich Test of Proof, also wo ist der beste Weg. Und ganz offen, wir machen Fehler, wie alle anderen auch. Perfekt, also dann schauen wir mal, dass wir nicht allzu viele Fehler heute machen und die Banken in die richtige Richtung bringen. Aber das schaffen wir mit euch auf jeden Fall. Und ganz speziell darf ich dazu jetzt auch nochmal Daniel Lettmeier begrüßen. Daniel Lettmeier ist bei Deloitte und dort Leader für die Cloud-Strategie. Und das schwerpunktmäßig, wenn ich das richtig weiß, für Banken und Versicherungen. Aber du erzählst uns bitte auch ein bisschen mehr. Gerne, gerne. Ja, Daniel Lettmeier von Deloitte. Ich bin tatsächlich schwerpunktmäßig bei Banken und Versicherungen unterwegs, also generell Finanzdienstleistungen, aber auch mit dem Thema Cloud-Strategie, sagen wir mal, branchenübergreifend unterwegs. Also beispielsweise, machen wir gerade zwei Projekte auch im Klinikumfeld, also Kritis. Ein anderes Projekt ist bei einem lokalen Flughafenbetreiber, was auch sehr, sehr spannend ist. Und da geht es eben konkret, da fragen uns die Kunden konkret, Cloud-Strategie, ja, wie machen wir es denn? Die Cloud ist ja mittlerweile angekommen. Vor ein paar Jahren war ja so ein bisschen so das Bild von einer Welle oder von einem Tsunami, der eines Tages reinbricht. Mittlerweile kann man sagen, ob er alles überschwemmt hat, ob er reingebrochen ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Cloud einfach da, ja, ob durch die Vordertür oder aber meistens eher durch die Hintertür. Insofern sind Fragestellungen bei uns überwiegend seitens IT-Infrastruktur, wo zum Beispiel, wie kriege ich eine Governance eingezogen? Also wie kriege ich die großen Cloud-Hyperscaler im Zuge der Digitalisierung so gemanagt, dass ich ihnen sage, was sie tun und nicht sie mir eigentlich sagen, was ich tun muss? Also Modell der geteilten Verantwortung. Und da ist es, und ich fand den Punkt spannend, ja, seitens Regulatorik ja eigentlich klar, was ich tun muss, ja, so die Theorie. Aber praktisch ist es ja so, und das ist schön für uns, für die Beraterzunft, ja, es ist dann doch halt immer wieder ein sehr, sehr, sehr großer Ermessensspielraum, wie dann bestimmte Datentypen, deren Schutzbedarf bewertet werden. Wie geht man mit solch Schussmaßnahmen um, macht man Verschlüsselung ja oder nein? Und am Ende trägt irgendein Vorstand ein Risiko oder trägt das nicht? Ja, weil ohne Risiko, ich glaube, da sind wir uns einig, und da bin ich auch gespannt auf eure Sichten, geht es wahrscheinlich nicht. Ja, das ist das, was wir regelmäßig sehen in Cloud-Umsetzungsprojekten. Das heißt, in der Strategie ist für uns immer der Punkt, okay, ich muss eben, wenn ich meine Geschäfts- oder IT-Ziele, wie Innovation oder Geschwindigkeit oder Resilienz oder auch Kostenersparnis, wenn ich die erreichen will, kann ich Cloud nutzen, eben nicht zum Selbstzweck, sondern als Enabler oder Catalyst oder welches Bild man auch immer verwenden möchte, ja, und dann muss ich mir Gedanken machen, wie mache ich es und warum mache ich es? Ja, und oftmals hat man ganz klassische Treiber, wie mein Softwarehersteller zwingt mich dazu, ja, und bekannte Namen wie Microsoft mit Office 365 oder SAP oder auch kleine Business-Tools wie Signavio, kriege ich mittlerweile noch in der Cloud? Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl. Ja, das heißt, es stellt sich nicht die Frage, mache ich Cloud, sondern nur wann und wie. Ja, und beim Wie ist dann regelmäßig die Frage, wie manage ich die Hyperscaler, wie mache ich die Governance? Das ist ein Aspekt, den ich da häufig sehe und ein anderer Aspekt, der sehr häufig übersehen wird aus meiner Sicht, ist das Thema, wie nehme ich meine Mitarbeiter, wie nehme ich die Teams mit, wie nehme ich die ganze Organisation mit? Ich kann ja schöne Second-Line-Richtlinien aufbauen, ich kann schöne Governance-Strukturen aufbauen, ich kann Einheiten neu schneiden, nur wenn mir meine Mitarbeiter, deren Headcount insgesamt um 20 Prozent vielleicht reduziert wurde, das nicht abkauft, weil sie sagt, naja, das ist zwar schön und gut, was ihr da plant, ja, mit Open Banking und pipapo, nur, by the way, mit mir hat noch keiner gesprochen und was ist denn morgen mein Job? Ja, dann sind das aus unserer Sicht regelmäßig Themen, die bei solchen Transformationsthemen relevant sind und wo eigentlich der Kern oder des Googles Kern ist, natürlich neben Themenfeldern wie Groundwork, was Technologie angeht und Infrastruktur und Prozesse. Da bin ich sehr gespannt und das sieht mich, eure Sicht, wie das Thema Kunde und People aus eurer Sicht relevant ist im Vergleich eben zu IT oder Netzwerken oder auch Hardware. Danke dir, perfekt. Also das ist ja schon auch eine Steinvorlage an Fragebündeln, die ihr mir jetzt gegeben habt. Ich möchte aber gleich deine letzte auch auf Fragen anfangen. Wandel und Change beginnt ja immer in den Köpfen. Wenn ich jetzt mein Unternehmen variieren möchte, meine Bank, meine Versicherung, sage ich mal, das sind ja eher Dickschiffe, sage ich hier, als Unternehmen, wie seht ihr denn die Chance, dass der klassische besetzte Vorstand diese Denkensweise auch tatsächlich lebt und nicht nur irgendwo prophezeit und auf dem Blatt Papier stehen hat. Da vielleicht mal als erstes an Steffen gerichtet die Frage, wie siehst du das? Seid ihr flexibel genug als Bank? Sorry, wenn ich dich jetzt da direkt in die Pflicht nehme. Mikro bitte. Nein, ich höre dich immer noch nicht. Warum auch immer? Nö, leider haben wir ein akustisches. Wir hören dich nicht. Aber wir erraten das von dem, was du auf den Lippen sprichst und schauen, dass wir die Technik nebenbei noch mal klären können. Aber ich stelle dann die Frage an Stefan, Stefan Keller. Also was, naja gut, ich fange jetzt mal an. Wie begleiten wir das? Letztendlich bewegt sich ja schon einiges. Also wie gesagt, die kritische Sichtweise, dass der Kunden, dass einfach sich da nichts bewegt bei den Banken, kann jetzt nicht bestätigen, sondern die beschäftigen sich schon länger mit der ganzen Thematik, Digitalisierung, wie baut es auf etc. Und die Fragestellung, die sich uns immer betrifft, ist natürlich, wie begleiten wir das Ganze in Richtung mit? Was können wir da leisten in Richtung? Wie wachsen wir damit in Richtung? Und das ist halt ein Schritt, wo wir halt systematisch halt unseren Scope als Unternehmen natürlich auch immer höher setzen in Richtung. Damit haben wir natürlich auch unsere Lösungsportfolio immer mehr erweitert. Das ist also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe bloß die Frage nicht gescheit zugehört. Ich bin immer ganz ehrlich. Wie immer, gar keine Frage. Nein, aber das war schon ganz okay. Also hier will ich die Antwort geben. Aber der Carsten hat eine Frage. Er hat es mir schon hier im Chat angedeutet. Also wenn ihr Frage habt, natürlich immer Handzeichen oder im Chat ein X stellen, dann können wir das auch gleich direkt anklären. Carsten, bitte. Ja, danke, Werner. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, was so Kundenbindung anbetrifft, ist ja ein ganz großes Thema. Und die Frage ist, wie können denn etablierte Player gegen Newcomer dort eigentlich angehen? Denn eins haben natürlich die Newcomer leichter. Man baut die IT auf der grünen Wiese gewissermaßen, während man im Bereich der arrivierten Banken natürlich regulatorische Vorgaben hat und auch eine ganze Menge Legacy-Systeme, die es natürlich ein bisschen schwieriger machen. Wir haben es vorhin gesagt, als kleines Stichwort noch dazu, wenn ich eine Überweisung mache, ist es mir eigentlich egal, welche Bank es macht. Es soll möglichst schnell gehen und ich will wissen, was es kostet. Also für mich ist die Kundenzufriedenheit ein ganz großes Thema. Vielleicht mal zu diesem Thema würde mich interessieren, welche Bestrebungen es da gibt. Wer will darauf antworten? Ja. Wenn ich darf, würde ich gerne darauf antworten. Wir haben aber einen tollen Gast auch mit dabei, das ist der Gökhan. Und also ich glaube, wir können ein Themenfeld festhalten. Das Themenfeld der Kundenzufriedenheit ist das definitiv größte Themenfeld. Die Banken haben in der Vergangenheit nicht verstanden, mit ihrem Datensatz, den sie eigentlich innehaben, wirklich gut umzugehen. Und wenn ich Kundenzufriedenheit wirklich produzieren will, dann muss ich eins vor allen Dingen tun. Ich muss die richtigen Alerts setzen beim Kunden. Ich muss die richtigen Touchpoints setzen. Das ist in der Vergangenheit nicht passiert. Wir können jetzt sagen, okay, das ist Datensicherheit, DSGVO-Konformität. Aber wenn wir das Themenfeld BSD2 mit reinnehmen, wie viele Service-Dienstleister aktiv geworden sind und mit Daten umgehen, nehmen wir das große Themenfeld Clark einfach nur als Beispiel, wie mit Daten umgegangen wird und der Kunde akzeptiert es. Und eine Bank hat 20, 25 Jahre die Zeit gehabt, genau das Gleiche zu tun und hat es nicht getan. Dann stelle ich mir die Frage, okay, haben Sie es verschlafen? Oder waren Sie zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich auf das Business-Modell ausgerichtet, weil Kredite und sonstige, ich sage mal, Ertragsquellen immer wieder vorhanden waren? Und ich glaube, es ist viel verschlafen worden, um es ganz deutlich zu sagen. Und jetzt stellt sich auf einmal die Kurve, wir können uns Statiste anschauen, wie geht die Zinskurve und die Kreditkurve bei den Banken, Volksbanken, Sparkassen, ein schönes Themenfeld, wie geht die nach unten zum heutigen Zeitpunkt? Das heißt, wie geht die Ertragsquelle gerade zu Neige? Und das kann man vorberechnen. Das ist mathematisch ganz einfach. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, ich finde es ein bisschen zu spät und der Kunde wurde in der Vergangenheit wenig berücksichtigt. Also, Live-Beispiel bei mir. Ich bin bei drei Kunden, bei drei Banken zum heutigen Zeitpunkt Kunde. Ich habe nur bei einer Bank zum heutigen Zeitpunkt die Systematik, dass ich Titel sehen kann, Performance, dass ich Kosten sehen kann in Bezug auf mein Portfolio. Das ist weltweit nicht normal. Also wir beziehen das nur auf die DACH-Region. Ist das die Zukunft der deutschen Banken? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist es die Zukunft der DACH-Region? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, dieses allumfassende, dieses klassische Themenfeld des Wealth-Managements, Mass-Effluent-Bereich, ist in der Vergangenheit komplett außer Acht gelassen worden. Und die Frage ist, ist das eine Zukunftsthematik? Ich glaube schon. Wie lange wird sie außer Acht gelassen? Weil jeder macht sein eigenes Süppchen, aber diese Gesamtökonomie, die in Telefonen zusammengefasst wird, passiert bei den Banken immer noch nicht. Das heißt, dieses Themenfeld Kooperation, Fintechs sind keine Feinde, Start-ups sind keine Feinde. Such dir die richtigen Partner und mach damit mehr Geschäft. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Themenfeld. Steffen, jetzt bist du ja wieder da. Akustisch, danke, Eike, dass du dich nochmal eingewählt hast. Das ist mein Bankcomputer. Das sagt, glaube ich, alles. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja dann so praktisch, das praktische Beispiel oder das lebende Objekt von all den Statements, die jetzt hier gelaufen sind. Ich habe mich in allen wiedergesehen. Bei Herrn Lettmeier, der genau das beschrieben hat, was wir gerade in unserer Abteilung durchlaufen, und dass die Mitarbeiterzahl runtergeht. Die Frage ist, was passiert mit mir eigentlich? Es wird eingespart. Man fragt sich, wozu? Wir haben neue Plattformen bekommen. Wir haben neue Technik bekommen. Das hat jetzt zur Folge, dass wir zum Teil parallel an zwei Hardwares arbeiten. Das ist natürlich, wurde immer gesagt, in der Übergangsphase muss das wohl so sein. Und das eine oder andere, da stellt sich auch langsam die Gewöhnung ein. Aber in der Tat, dann stört der Kunde fast noch, wenn man das am Tag dann auch noch irgendwie alles regeln. Und das Geschäft geht ja, Gottlob, muss man sagen, weiter. Und gefühlt laufen sie einem dann die Bude ein, weil man noch mehr auf den Schreibtisch bekommt. Und ich habe mich auch gerade wieder gehört in dem Statement von Björn Tocke, denn letztendlich, ich mache jetzt seit fast 30 Jahren Banking, kann mich noch gut erinnern, wie in den 90er Jahren in den Vertriebsrunden dann die Listen auf den Tisch geknallt werden. Und so, wer kennt denn jemanden, der in einem Schützenverein ist? So, ne? Als Vertrieber denkt man nur, ach Gott, lass mich doch damit in Ruhe. Ja, so. Aber es ist genau das Thema. Also das ist alles vergessen worden. Und jetzt will man schnell aufholen, hat den Schatz, den man, der ist ja auf SAP, es ist ja alles da. Die Häkchen sind überall gesetzt. Aber der Schreck mit der DSGVO-Ordnung, der dann da einsetzte und die Panik und natürlich jede Bank hat eine starke juristische Abteilung, die dann mit erhobenem Zahlengefänger durch die Reihen läuft und sagt, also Leute, ihr habt es wahr, aber vergesst das alles wieder. So. Dann kann man eben damit auch nichts weiter anfangen und muss es irgendwo wieder dann einkaufen und das dann letztendlich auch wieder in die Plattformen mit einimplementieren. Wir reden mit Fintech, wir reden mit Startups, wir sind involviert, auch in SPACs, aber das Ganze hat natürlich immer auch etwas Abenteuerliches, denn es gibt da viele Kollegen, die oldschool sind und ja, die also dann auch so ein Thema dann auch mal aussetzen. Und da ist die Frage, ob wir da eben nicht noch weiter was verpennen. Also was mein Haus angeht, jetzt bin ich weg. Nee, wir nicht. Okay, gut. Was mein Haus angeht, bin ich eigentlich guter Dinge. Da haben wir jetzt sehr viel versucht aufzuholen und sind auf einem guten Weg. Das hoffe ich einfach, dass da die anderen Häuser auch mitziehen und dass wir da nicht irgendwann auf allein auf weiter Flur sind. Aber Herr Lettmeier, glaube ich, hat auch einen wichtigen Punkt gesagt. Jeder fragt sich dann selber, wo er dann da bleibt. Nicht nur sein Haus. Ja, Daniel, vielleicht dann gleich an dich auch nochmal gewendet. Customer Centering ist ja immer das Zauberwort und gerade mit viel Daten kann man ja auch viel bewegen. Ist das dann mit dem, ist das eher ein Problem für eine Bank, wenn ich mich, sage ich mal, zu sehr auf den Kunden einlasse und die SGBVU in Kraft setzen muss und, und, und. Oder ist das eher der Motivator für eine Bank, noch größer zu werden und einfach das große Portfolio mit anzubieten? Also ich würde sagen, definitiv Letzteres und auch das, was Gökhan gerade im Chat schreibt, nämlich, dass die Frage ist, wie schnell können wir am Ende auf Kundenanforderungen reagieren, ja? Wie schnell kann eine Bank flexibel, jetzt gerade eine große etablierte Bank, sich auch, sag mal, abgrenzen mit einem Mehrwert gegenüber den, ich sag mal, den Nuri, Spitwala, Solarissen dieser Welt, die als Neo, Krypto, wie auch immer Startup ist natürlich erst mal leicht haben auf der grünen Wiese, auf der anderen Seite aber auch denselben BaFin-Regularien und EZB-Kriterien wie eine deutsche oder eine Commerzbank unterliegen, oder Genossen in der Sparkassen und da ist auch regelmäßig die Frage, hm, bin ich eine etablierte große Bank, habe eine Scharfe von Backend-Systemen im Bereich Payments oder Accounts oder Landing, habe da meine Mainframes und habe dann Antragsstrecken und gucke dann irgendwie neidisch auf die neuen Banken, die das nicht haben, die dann Cloud-Native direkt mit AWS oder Google irgendwas da gebaut haben, am Ende sind sie ja alle gleich vor dem Regulator und unsere Prüfungskollegen bei den Leuten bestätigen uns das auch, am Ende ist es alles gleich, es ist eine Frage der Auslegung und es muss aber gleichzeitig, gleichzeitig darf dieser regulatorische Datenschutzaspekt kein Bremser sein, ja, im Sinne von, sagen wir mal, Reichsbedenkenträgertum, ich sehe immer wieder Folien, wo es dann heißt, vom TISO oder Head of Compliance, wir dürfen nicht, wir können nicht und wir würden gern, ja, und auf der anderen Seite haben wir die Fachbereiche, die sagen, hey, wir müssen Vertrieb machen, wir wollen kundenzentrierte Produkte machen, wir wollen den Kunden hybrid ansprechen über Omnichannel, wir brauchen und da Geschwindigkeit, wir brauchen Ressourcen on demand, wir brauchen KI-Services, ja, liebe IT, ich hätte die gerne, wann kriege ich die denn, kriege ich die morgen, nächste Woche, in sechs Monaten und wie viel kostet mich das denn pro Monat, muss ich da dafür bezahlen, dass ihr Server kauft oder nutze ich nur für den Service, nutze ich nur für die Anzahl von Zahlungstransaktionen oder für die Anzahl von Data Science Requests und da muss aus meiner Sicht die Flexibilität in die Richtung gehen, wirklich technisch gesehen zumindest mal Plattformen aufzubauen, Ökosysteme aufzubauen, das kann On-Premise sein, wenn die Fähigkeiten da sind, das kann Hybrid sein, das kann Cloud Native sein, wenn ich das mit einem Provider mache, wichtig ist, dass ich als Bank hergehe, diese Möglichkeiten nutze, dass ich meinen Mitarbeitern eine Möglichkeit gebe, auch da drauf zu gehen, das auch zu lernen, also Upskilling zu betreiben und dem dann auch entsprechend über Job Enrichment deren Jobs von morgen zu sichern, auch die interne Akzeptanz anzuholen, weil die Erfahrung zeigt, dass nur wenn ich tatsächlich so eine, ich bin gleich fertig, ich sehe diverse Hände gehoben, für die zwei Sätze noch zu Ende, weil der Punkt ist, was wir sehen regelmäßig, die Use Cases Kundenzentrierung und Datengetriebenheit, das sind, das lesen wir mittlerweile in jeder IT- und Cloud-Strategie, wie setze ich das um, seltenst aus eigener Kraft, weil es A zu teuer ist und B zu lang dauert, insofern ergibt sich eigentlich notwendigerweise Cloud in Plattformen und Ökosystemen und da ist die Frage, wie kriege ich das gemanagt und wie setze ich Leuchtturmprojekte rum, auf deren Rücken ich dann auch die Operationalisierung antreibe, was zum Beispiel Security und Governance und Compliance angeht, weil ohne die geht es nun mal nicht, ist so, aber Praxisbeispiele zeigen, ja, ist managebar, ja, es geht, wenn man will. Perfekt, dann haben wir drei Wortmeldungen, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Björn, Stefan Keller und dann Philipp Schiede, ja, Björn, bitte. Daniel, ich muss dir, also ganz ehrlich, du hast mir gerade so aus dem Herzen gesprochen, also das war jetzt gerade so, das war so schön gewesen, weil das Themenfeld der kurzfristigen Kundenanfragen, die eigentlich auf die Bank eingehen und die, leider Gottes, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, ja, drei, fünf Jahre dauern und der Kunde erst dann eigentlich die Lieferung bekommt, wir reden vom Endcustomer, das kann heutzutage nicht mehr sein. Also bis ein Projekt aufgesetzt worden ist, bis es in Gang gerät, bis eigentlich eine Auslieferung zum Live-Standort funktioniert, ist es unglaublich. Und der Punkt ist, haben die Banken die Zeit, sich das noch leisten zu können, die nächsten fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre? Und ich glaube, nein. Und wir hatten vorhin das Themenfeld gehabt, wir haben genügend Einflüsse von außen, die essen alle am Keks ein bisschen mit und einfach dieses Test, Operating Test, schnell etwas tun und nicht viel Geld initialisieren, sondern einfach coole Leute an Bord nehmen und zu sagen, lass uns einfach mal ausprobieren und lass uns danach schauen, ob es DSGVO-konform, ob es MIFI 2-konform ist, weil wir gehen vorher nicht live. Ist eigentlich ein schönes Themenfeld. Wir sehen es eigentlich und das ist traurig für mich, ich bin viel in Asien, ich bin viel in den USA und man sieht eigentlich, wie die es machen. Das ist zwischendrin nicht regelkonform, Sie ziehen es im Nachgang gerade. Und wir in Europa versuchen immer, alles im Vorfeld auszuräumen, bis es funktioniert. Und zwar regulatorisch, rechtlich, mit allen Faktoren. Ich glaube, das ist ein schwieriger Weg. Ich glaube, der andere Weg, uns sich dann anzupassen, ist viel einfacher. Und ich glaube, da müssen wir viel dran lernen, wie es andere machen. Und ich glaube, das ist ein richtiger Weg und deswegen, Daniel, war ein total geiles Statement von dir. Das war perfekt gewesen gerade. Perfekt, danke dir. Stefan, du wolltest, glaube ich, was ergänzen, wenn du das richtig. Es gibt im Prinzip, was der Daniel auch gesagt hat. Er hat im Prinzip am Anfang ja gesagt, wir sitzen ja eigentlich vor der gleichen Regulatorik-Anforderung, die die BAföG rausbringt und einfach durchfahren. Also jetzt kann ich unsere Erfahrung sagen, die ist aber nicht gleich. Vor jedem Kunde sieht es anders. Es gibt mir das Wort Interpretation. Umso größer das Institut ist, umso mehr Interpretationen, die das Unternehmen lähmen, wie vorhin schon, werden damit interpretiert. Und das Thema Risikoappetit, was ja jeder der Branche ja dann kennt, ist ein Thema, was die meisten gar nicht kennen, wo der Vorstand selber entscheiden kann, ja, wie gehen das Risiko XY ein, da geht der Vorstand ja dann Risiko ein und definiert das und wechselt das. In der Regel gibt es bei vielen Bereichen, wo der Vorstand jetzt gar keine Lüftung nehmen will und dann wird alles überreguliert. Und deswegen glaube ich auch, dass man da was machen muss, dass man auch mehr Aufklärungsarbeiten im Bereich machen muss, dass man einfach die Unternehmen, also die Finanzinstitut ein bisschen flexibler wird. Auf der anderen Seite, wir gewinnen ja ab und zu mal so ein Fintech-Unternehmen und dann müssen wir erstmal von vorne anfangen, weil das noch gar nichts reguliert ist. Also da ist nichts geregelt gewesen. Das heißt, es wird anders völlig gelebt auf dem Markt. Also wie gesagt, da kann ich nur sagen, vielleicht gibt es das, wie es der Björn schon mal gesagt hat, wir machen da mal was und gucken was und jetzt wird es was, jetzt müssen wir schauen, dass wir dort wieder hinkommen. Aber da muss man die Fähigkeit haben, aber dann diese Prozesse einzuführen. Von der Security-Ebene, vom SIEM, vom SOC-System bis zur, sage ich mal, in der ganzen Prozesslastigkeit, die da eine Rolle spielt. Das ist leider, was man nachziehen muss. Aber da muss man fähig sein, das nachziehen zu können. Aber wie gesagt, große Institute blockieren sich selbst. Da gibt es die Götter, die da durch die Unternehmen immer laufen und alles blockieren. Das ist die Erfahrung, die wir haben. Wir haben beides angekündigt. Das ist ein Geschäftsmodell, sage ich mal, weil wir eigentlich beides machen können. Aber irgendwo muss die Mitte gefunden werden. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Volkswirtschaft, unsere Banken, nicht sich zu Tode regulieren. Danke, Philipp. Ja, zu Tode regulieren. Da haben wir, glaube ich, wieder ein großes Thema, was du, glaube ich, auch immer ganz gerne nach vorne treibst. Regulieren sich Banken auch hier zu Tode oder eigentlich die Wirtschaft, die Politik? Ja, da gibt es so viele Ansatzpunkte und Online-Banking ist halt nun mal keine Digitalisierungsstrategie. Wenn man sich vorstellt, dass man früher ein Konto eröffnet hat, das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Heute dauert es eine halbe Stunde. Dann kriegt man 20 Blätter serviert und die muss man dann alle noch unterschreiben. Das Gleiche ist, ich möchte ja keine Aktien kaufen. Da muss es so ähnlich sein. Aber generell geht es darum, ja, Banken sind meiner Ansicht nach oder die ganze Finanzindustrie ein bisschen schwerfällig. Und der Daniel hat vorhin ein wichtiges Beispiel gebracht mit KI, also künstliche Intelligenz. Und ich meine, bei der Komplexität in der Umsetzung, ja, sollte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Zwischenzeit bei Banken eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, denn was, was, warum? Ja, Finanzreise bringen doch alles das mit, ja, was KI-Anwendungen benötigen. Die Daten, die Aufgaben und die Business-Cases. Aber das geht alles so, ja, sagen wir es mal so, mit angezogener Handbremse. Und ich meine, da muss noch viel Gas gegeben werden. Das glaube ich auch, aber weil du es auch gerade gesagt hast, hier das Ganze mit Handy und so weiter, Handy-Banking. Und da reden wir jetzt nicht nur um das private Banking, sondern auch natürlich das Business-Banking. Wie austauschbar ist denn heutzutage eine Bank für den Kunden, für das Unternehmen? Wenn ich jeden Tag irgendwie 300 Business-Konten irgendwo eröffnen könnte, weil ich jeden Tag irgendwie 300 Geld kriege von europäischen Banken, die ganz schnell, ganz fit und ganz toll sind und innerhalb von drei Minuten hast du ein Konto eröffnet. Was stimmt? Also ich habe es selber auch ausprobiert. Finde ich ja, wie unterscheiden wir uns denn da oder wie kann eine Bank sich da positionieren? Wer hat da drauf? Steffen vielleicht? Wie gesagt, also ich bin im Freudenhaus der Bank, sozusagen. Wir machen maßgeschneiderte Finanzierung. Gut, das werden die Herren, die hier in der Runde sind, wahrscheinlich von jedem Banker hören, dass er unersetzbar ist. Aber bei mir ist es wirklich so. Nein, also wir haben tatsächlich viele Prozesse, die wir verschlankt haben und die ja auch jetzt mittlerweile obsolet geworden sind. Bei mir ist es tatsächlich so, dass wir in unserer Abteilung wirklich maßgeschneiderte Sachen machen, uns anhören, was die Kunden haben und so eine Umsetzung eines, beispielsweise eines Glasfaserprojektes von der Erstansprache vom Kunden oder beim Kunden bis zur ersten Auszahlung kann gut und gern anderthalb Jahre dauern. Also da braucht man wirklich langen Atem und ich habe mein ganzes Leben lang zumindest als Banker Infrastruktur finanziert und da braucht man eben auch ein großes Frustpotenzial. Also das sind auch Projekte, die dann ab und zu auch mal in einer Tonne am Ende enden, weil man die zuschlaglich bekommen hat. Also ich bin da wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel. Nein, aber ein wichtiges Beispiel war eben um diese ganze Finanzierungsgeschichte, auch eine Bank muss Digitalisierung finanzieren, aber dazu ist es halt natürlich nötig, dass ich ein Image habe, halt ein gewisses Standing habe und das ist eben für mich nochmal kurz die Frage, vielleicht auch Richtung Daniel nochmal gerichtet. Wie identifiziere ich mich denn als Bank? Wie setze ich denn meine Marke, sage ich mal, so bewusst ein, dass ich eben nicht schneller austauschbar bin? Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch nochmal kurz das Thema Automarke, bin ich im BMW, im Mercedes oder sonst irgendwo drin? Spielt heute da keine Rolle mehr, wenn mein Handy reinpasst. Ja, genau, wenn ich darf, ich ergänze oder kommentiere das gerne. Was wir regelmäßig ja auch oder bei den Leuten versuchen zu kommentieren mit einer Outside-In-Sicht, auch von anderen Branchen, wie positioniert sich jetzt zum Beispiel eine Pharma-Branche? Ja, oder Automobilhersteller, die was Digitalisierung angeht zugegebenermaßen recht weit sind, Pharma, Dito, Lifescience, Healthcare momentan ohnehin, ja, im Vergleich zu anderen Bereichen oder Branchen, die vielleicht noch nicht so weit sind oder würde ich jetzt mal Banken und Versicherungen mit Verlaub einfach mal so im gesunden Mittelfeld positionieren, weil ich glaube, da gibt es andere Felder, wo noch mehr Potenzial besteht, sagen wir es mal so, und da zu fragen, was sind denn Assets, was sind denn Werte? Ja, ist es Loyalität? Ist es Geschwindigkeit? Ist es ein gewisses, ja, eine gewisse, eine gewisse Positionierung bei bestimmten Zielgruppen oder sind das auch Themenfelder wie hohe Sicherheit? Ist es made in Germany tatsächlich? Kann ja auch sein, ja. Wenn man sich auch zum Beispiel das Gaia-X-Themenfeld anguckt, wo Europa ja versucht, sich im Prinzip selber eine eigene Digitalisierungsbrand oder auch ein eigenes Bollwerk zu errichten gegenüber den großen Hyperscalern in den USA und in Asien, da sieht man ja auch, dass es durchaus schon dieses Thema Trust, Sicherheit, Vertrauen, dass das einfach ein Asset ist, was glaube ich auch für Endkunden relevant ist oder relevanter wird. Ich glaube, immer mehr Kunden werden sich bewusst darüber, dass es schon relevant ist, ob man jetzt seine Kinder oder Babyfotos zum Beispiel über Facebook oder WhatsApp eben teilt oder nicht wissen, dass bestimmte Daten einfach sensibel sind und im Kontext von Cybersecurity oder Hackerangriffen auch viel, viel schneller heutzutage in Kanälen sind, wo man sie nicht haben will. Punkt. Und von daher glaube ich, dass das Thema Sicherheitsempfinden oder Resilienzempfinden bei Verbrauchern höher ist und steigt. auf der anderen Seite ein bisschen Frustration und ärgerlich mit Cookies und Website und GSGVO-Restriktionen, wo man oft in Deutschland ein bisschen das Ziel übererfüllt, aber auf der anderen Seite einfach dieses Sensibilität zu schaffen, inwiefern ist eine gute Governance, Sicherheit, Vertrauen, inwiefern ist das ein Asset, sodass sich für mich als Kunde vielleicht auch ein sinnvoller, ein Nutzen daraus erschließt, vielleicht ein paar Euro mehr zu zahlen oder statt einem freien Konto vielleicht wirklich 1,99 Euro zu zahlen, weil ich weiß, es ist sicher, ich habe die und die Verbindung, es hat den und den Mehrwert, ich glaube, in die Richtung muss es gehen, weil sich als Bank rein als Plattform hinzustellen, als White-Label-Anbieter für Accounting, Lending, Merchant, Payment Services kann gemacht werden und einige große oder europäische Banken machen das ja auch, gibt es ein paar Beispiele, Rabo, ING, Santander, PAPO mit White-Label-Produkten, aber ich glaube, in Deutschland ist es tatsächlich ein Feld, die großen, die klassischen, die sehe ich wirklich mit dem Themenfeld Positionierung über Trust, über Brand und über Vertrauen. Ja, ich glaube, das ist immer die Nummer, was nichts kostet, ist nichts wert, das ist halt nun mal so und ich glaube, dementsprechend, wir sollten uns alle auch wieder daran gewöhnen, für Dienstleistungen, für Services auch mal Geld zu bezahlen, wenn ich dann adäquat im Gegenwert natürlich auch was dafür bekomme. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr muss ich ja schon wieder fast sagen, wir haben das Ende erreicht. Wie immer ist das ein sehr kurzer Talk, wir wollen das Thema vertiefen, natürlich beim DI4, beim German Mittelstand und natürlich auch bei den ganzen Medien und würde mich freuen, wenn wir uns da in dieser Runde vielleicht verkleinert und auch im Dialog mal wiedersehen. Wir haben jetzt noch eine kleine interne Diskussionsrunde, bevor ich jetzt hier den Livestream beende. Das heißt, unsere Gäste, die hier im Stream können, in der Zoom-Session, können gerne mit uns weiter diskutieren und wir schalten jetzt leider das Publikum bei YouTube und bei Facebook weg, habe aber noch eine ganz kurze Schlussfrage Richtung Steffen. Das Ganze kostet ja immer Geld. Also wenn ich digitalisieren will, sind das Projekte, die man auch bezahlen muss. Wie, also ich brauche eine vernünftige Anbindung, eine Glasfaser-Anbindung, ich brauche das richtige Rechenzentrum. Entweder ich gehe zum Stefan Keller, zu Norris oder ich baue mir selber eins. was auch immer, aber ich muss irgendwie was in die Hand nehmen, wenn ich Digitalisierung vertreiben kann. Du bist der Mann, der Gelder verteilen kann, darf, will. Wie schwer ist es denn, digital Projekte überhaupt finanzieren, zu finanzieren? Also ich mache das jetzt seit zehn Jahren und ja, es wird immer einfacher, würde ich sagen, ja, weil wir haben eine Geldschwemme und die kommt einfach im Markt auch an. Das Nächste ist, dass wir auch ein sehr großes Investorenfeld hat, was sich dem Thema auch angenähert hat. Also ich kann mich erinnern, als ich vor acht Jahren auf einer Immobilienmiste, auf der Expo Real, jemanden kennengelernt habe, der sagte so, ein Holländer, show, ich mache jetzt in Deutschland ein großes Glasfasernetz und das war die deutsche Glasfaser. Die haben halt mal klein gestartet, mit einem kleinen Kredit und die haben wir immer gefüttert, was die gehabt haben, war eine Geschäftsidee, eine logische Netzarchitektur, die sie einem Banker leicht verständlich erklärt haben und sie haben gezeigt, dass sie, ja, dass sie es auch wirklich dann umsetzen können und ich glaube, das ist so, dass gerade das Thema, dass wir mitunter sehr viel PowerPoint sehen, was finanziert werden will, aber ich glaube schon, dass wir die meisten Banker, eigentlich alle Banker immer noch darauf achten, auf wirklich, auch auf die Management-Kapazitäten, ist da jemand, der das auch durchboxen kann, der den Bock umstoßen kann, ja, der eben auch die Vision hat, durch dick und dünn zu gehen, also bei den kleineren Projekten, die wir begleitet haben, haben wir immer gemerkt, da muss eine Unternehmerpersönlichkeit dabei sein, ja, dass, um, um, um einfach mal Situationen auch durchzustehen, wo andere die Nerven verlieren, ja, das, glaube ich, ist, ist für mich eine der Quintessenzen und, ja, eine durchstrukturierte Geschäftsidee natürlich auch in Verbindung mit, mit einem klaren Abfluss von Cashflows und einen realistischen Blick auf die Baukosten, das sind so in Kernsätzen die Punkte, die, die ich aus den Projekten, die ich umgesetzt habe, mitgenommen habe. Also, es ist ja schön zu hören, für Digitalprojekte ist genug Geld da, die Rahmenbedingungen, daran müssen wir arbeiten, glaube ich mal, also zum einen auch politische Rahmenbedingungen, aber natürlich vor allem auch in den Wandel, in den Köpfen der Vorstände und der Geschäftsführer von Banken, um sich besser zu positionieren und mehr aus dem zu machen, was sie eigentlich können. So, mein Learning für heute möchte nochmal an Carsten und dann an Philipp für die Schlussworte nochmal was dazu hören und Philipp, dass du als erstes nochmal einen Schlusswort hast. Ja, also, die Finanzindustrie ist ja um das Verarbeiten von Daten aufgebaut und es gab mal Papier und das ist jetzt in Cloud-Infrastrukturen auch übergegangen. Was wichtig ist, Banken bewegen Daten und daraus haben sie ihre Wertschöpfung und wie kriegen sie die? Im Normalen auch mit KI-Technologien, ja. Los, um jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, da müssen die KI-Ideen und auch die Projekte erstmal gedeihen können und ich glaube nicht, dass das eine Frage der Technologie ist, sondern eher des Wollens oder auch des Mannes. Perfekt, danke dir. Carsten, dein Schlusswort und dann bitte ich alle Gäste hier schon mal Kameras einzuschalten, Mikrofone einzuschalten. Wir gehen... Danke, Werner. Die Prozesse sollten aus meiner Sicht bei Banken auch im Vordergrund stehen und ich als Kunde letzten Endes. Wer mal seine PIN-Nummer für die Kreditkarte braucht zum nächsten Tag, der weiß, wovon ich spreche. Eine Kreditkarte neu zu bekommen ist kein Problem. Das andere Daten an eine Filiale verschlüsselt zu übermitteln funktioniert nicht und da helfen die Anstrengungen wenig, wenn die Prozesse eben nicht stimmen. Also das ist mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Amazon macht's vor. Perfekt, danke dir. Eine tolle Runde. Stefan Keller, herzlichen Dank von Norris Network, dass ihr dabei seid. Daniel Lettmeier von Deloitte, Björn Torka von Privé Technologies, sorry, da habe ich wieder ein bisschen gestottert, Stefan, äh, Steffen Leivesheimer von Der Hammer Commercial Bank. Genau, sorry, ich habe vorher schon gelacht, weil ich immer irgendwas verdrehe dabei. Wunderbar. Ich danke euch und ich sage Servus, Ciao und Baba zu den Leuten draußen bei YouTube und Facebook und LinkedIn Live und freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion und dann